Wenn dich jemand um Rat fragt, weil irgendwas an seinem Windows-Rechner nicht geht, dann sollte oder macht das Sinn, wenn du als erstes fragst, ob er den Rechner schon mal neu gestartet hat. Denn dann werden alle Programme quasi beendet und wieder bei Bedarf neu gestartet, Probleme, hängen gebliebene Prozesse werden gekillt und das RAM ist quasi geleert. Macht es aber eigentlich einen Unterschied, ob der Rechner erst heruntergefahren wird und dann neu gestartet oder ob man gleich auf Reboot geht? Bei modernen Windows-Systemen macht das tatsächlich einen großen Unterschied. Du solltest unbedingt Reboot wählen und nicht Shutdown. Denn seit Windows 8 hat Microsoft einen sogenannten Schnellstart eingeführt. Dabei wird quasi der Systemzustand zunächst mal beim Herunterfahren nur eingefroren und aus diesem Systemzustand wesentlich schneller gestartet. Das heißt also, wenn du erst herunterfährst, wird der Systemzustand eingefroren, auch der fehlerhafte Systemzustand und beim Neustart neu gestartet. Deshalb ist es tatsächlich ein Unterschied und du solltest wirklich Reboot machen und nicht neu starten. Ob dieser Schnellstart aktiviert ist, kannst du kontrollieren. Klick auf Start. Wähle Systemsteuerung. Dazu kannst du einfach Sys eingeben und dann aus der vorgeschlagenen Liste Systemsteuerung wählen. Klick auf Energieoptionen. Auswählen, was beim Drücken von Netzschalter geschehen soll. So, und jetzt hast du hier Schnellstart aktivieren. Das ist per Standard aktiviert seit Windows 8. Und wenn du das ausschalten möchtest, kannst du hier oben die Option wählen und dann hier Schnellstart aktivieren den Haken herausnehmen. Ja, das dazu. Also nach wie vor gilt die alte Informatikerweisheit. Reboot tut gut. Achte aber darauf, dass du, wenn du jemandem Support gibst, dass der wirklich einen Neustart macht und nicht herunterfährt und anschließend neu startet. Ich bin Lars vom Kanal IT-Zeugs.de. Ich freue mich über Likes und Kommentare. Vergiss bitte auch das Abo nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und hier siehst du gleich noch ein paar Videos, die interessant sind, ebenfalls zu schauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.